Braunschimmel mit braunen Platten, seltener in Schwarz-Weiß und ganz selten in Rhein-Schwarz. Der Deutsch-Kurzhaar hat seine Herkunft aus Bracken, deutschen Ursprungs und Beunter, sowie Hatzhunden und weiteren einheimischen Rassen. Diese Hunde waren auf das Stellen und Angreifen der Beute eingestellt, und daraus entstand die, Achtung, Vorstehleistung. Was heißt eigentlich Vorstehen, meine Damen und Herren? Vorstehen bedeutet, dass unsere Hunde ein ihnen zugewiesenes Stück, idealerweise Grünland, absuchen und in dem Moment, wo sie an Wild kommen, eine für sie typische Vorstehhaltung, einnehmen, das heißt, sie nehmen eine starre Haltung an, ziehen idealerweise einen Lauf hoch und so wissen wir aus ganz weiter Entfernung, dass der Hund Wild gefunden hat. Der Schütze kann gemessenen Schrittes herantreten, das Wild aufmüden, so heißt das, wenn wir das Wild quasi zum Laufen oder Fliegen bringen und es dann erlegen.